Hallo, Kings and Queens and all in betweens. Herzlich willkommen zurück zu Petmau's Podcast. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu Staffel 6, Folge 4. Neben mir sitzt wie immer meine Werte Mona. Hallöchen, neben mir sitzt natürlich die Werte Isa. Hallo. Die sehr souverän und hochprofessionell diese Begrüßung angesprochen hat. Oh, stop it, you. Ja, wir freuen uns, wie gesagt, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben wieder eine sehr interessante Folge heute zu besprechen. Ja, das stimmt. Aber vorher haben wir noch ein paar, ja, ein bisschen Geplänkel, würde ich sagen. Ein bisschen Geplänkel? Ein gewinig Geplänkel. Ja, eine ganz kurze Sache ist, dass wir ja wahrscheinlich demnächst irgendwann bei Potz Blitz zu Besuch sein werden. Oh, ich freue mich drauf. Ich auch, das wird so witzig. Als ich mit Jescha von, also von meinem anderen Podcast, von Let's Poe, schon da war, war es halt mega lustig. Also die Folge hat so viel Spaß gemacht, das war richtig, richtig gut und deswegen freue ich mich natürlich jetzt, wenn wir dann die nächste Folge dann, wir beide auch da sind, weil das wird bestimmt auch mega lustig mit Melli und Mele. Das glaube ich auch und ich nehme mir fest vor, die Hörbücher wenigstens vorher zu hören, damit ich nicht nur das Kapitel kenne, das wir besprechen. Sehr gut. Ja, aber wir freuen uns auf jeden Fall ganz doll drauf und wenn ihr Potz Blitz noch nicht kennt, dann hört da auf jeden Fall mal rein in unseren geliebten Schwester-Podcast. Oh ja. Denn der ist wahnsinnig gut. Donnerwetter. Ich habe Goofy nachgemacht, aber nicht in der Sprache. Ach so. Wegen Potz Blitz, Donnerwetter. Es war einfach ein schlechter Scherz. Okay, habe ich nicht erkannt. Und dann waren Jascha und ich auf einem tollen Live-Event und zwar in Düsseldorf und von, oh, Mona ist traurig. Ja, ich konnte nicht dabei sein, ich musste am Brückentag den Laden hüten. Ja, tut mir leid. Aber es war total toll, weil wir waren nämlich beim Live-Auftritt von Tollkühn, von einem anderen ganz großartigen Podcast. Und das war sehr, sehr schön, weil wir da erstmal ganz viele Leute getroffen haben, die wir natürlich auch kannten. Also das war richtig cool. Unter anderem auch Steady-UnterstützerInnen von uns. Und dann haben wir Nadine und natürlich die liebe Mehle getroffen. Also Nadine von Auf einem Butterbier, auch sehr cool. Da haben wir uns auch sehr, sehr gefreut, uns mal wiederzusehen. Vorher war es ja immer nur digital und jetzt ist es halt dann auch mal ein Live gewesen. Und es war so schön, weil die Nadine und ich haben uns halt so, ich saß im Biergarten und sie guckte so vom Weiten. Und dann auf einmal guckte ich sie an. Moment, die kenne ich doch. Und sie guckte mich auch an so. Moment, und dann kam sie an, hallo, ich bin Nadine und das war so toll. Und ich war so, oh mein Gott, hallo. Und ich bin vielleicht so ein ganz kleines bisschen traurig. Nein, ich bin sehr traurig. Ach, nächstes Mal, nächstes Mal. Vielleicht haben mich auch ein paar Leute vermisst, das wäre sehr schön. Doch, doch, da bin ich mir sehr sicher. Einige haben es mir auch live gesagt. Und ansonsten schreibt es uns einfach, wenn ihr Mona auch vermisst habt. Aber es war auf jeden Fall toll, weil wir auch ein paar HörerInnen getroffen haben und es war wirklich Wahnsinn. Es hat so viel Spaß gemacht. Nachher war ich mit Jascha und Mehle am nächsten Tag noch in Düsseldorf und dann waren wir ein bisschen im Thalia. Also eigentlich wollten wir in die Stadt. Wir waren dann im Thalia. Thalia ist die Stadt, ich verstehe das Problem nicht. Ich habe vielleicht wieder mal ein paar Bücher gekauft. Und dann haben wir noch Kaffee getrunken und das war dann unser Nachmittag in der Stadt. Ich weiß nicht, welches Problem du hast. Das ist so, also welcome to my life. Ja, also ich hatte auch kein Problem mit, aber es war so, irgendwie hatte man das Gefühl, wir haben uns mehr vorgenommen und haben das gemacht. Aber das war fein, das war schön. Deswegen war alles gut. Also ja, ich habe schöne Bücher gekauft. Mehle wollte eigentlich auch Bücher kaufen, aber hat sich dann Respekt, muss ich sagen, zurückgehalten. Aber sie musste natürlich auch noch mit dem Zug fahren und hatte nicht so viele Schleppmöglichkeiten. Deswegen nicht so wie wir, wir waren ja mit dem Auto. Genau, das war auf jeden Fall das, was so in letzter Zeit anstand. Das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Wochen her, wenn ihr diese Folge hört, weil wir natürlich ein bisschen voraufgenommen haben, damit wir die Tage überbrücken können. Aber nichtsdestotrotz war das ganz, ganz toll. Und wenn noch mal ein Live-Event ansteht, dann solltet ihr da unbedingt hinfahren von Tollkühn, weil das ist nämlich auch ein richtig toller Podcast und das hat richtig doll Spaß gemacht. Das glaube ich sofort, ja. Tolle Community, richtig tolles Publikum, echt, war Wahnsinn. Das ist eine wunderbare Überleitung, denn dann können wir noch unseren hochgeschätzten Downton-Märzäninnen danken. Auf jeden Fall. Welche da sind? Fawkes, Lady Emlyn, Lord Daniel, Lady Savick und Lady Freshwood. Richtig. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt auf Steady. Das rührt uns immer wieder sehr. Das hilft uns total toll mit dem Podcast und vielen, vielen Dank, wirklich. Also ihr seid richtig, richtig wahnsinnig toll. Und wenn ihr uns auch auf Steady unterstützen wollt, dann könnt ihr ja einfach mal in die Folgenbeschreibung gucken. Da ist nämlich der Link dazu. Genau. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Noch ein ganz großes Lob an unsere Downton-Community in unserem Discord-Server. Wow. Was die wieder aktiv sind, ist halt mega geil. Und auch was die Downton-Tails gerade wieder, ey, heftig, heftig, wie die eskalieren. Wir sind unseren Steady-UnterstützerInnen noch ein paar Folgen schuldig, deswegen müssen wir nochmal wieder Downton-Tails aufnehmen. Machen wir demnächst auch wieder. Aber das ist ja richtig krass, wie viel die schon wieder geschrieben haben. Ich bin begeistert, wirklich. Ich auch. Ich habe nur die Masse gesehen, denn tatsächlich halte ich mich oft zurück, sie mir vorher durchzulesen, damit ihr die echten Reaktionen von mir bekommt, wenn ich sie vorlese. Oder zumindest die Parts, die ich vorlese, die anderen, liest du ja vor. Richtig. Richtig, richtig. Aber auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, da vielleicht auch eine Art Downton-Fanfiction mitzuschreiben, dann kommt auf unseren Discord-Server. Da sind ganz, ganz viele richtig tolle Menschen. Ihr könnt auch, wenn ihr nachträglich jetzt einsteigt oder irgendwie noch aufholt oder so, kommt dazu. Wir freuen uns immer darauf, neue Leute zu treffen, auch wenn ihr vielleicht noch nicht so aktuell seid oder so. Also es ist trotzdem immer toll, neue Leute zu treffen. Und wir machen ja halt auch noch eine Weile weiter. Und wir haben, genau, was auch noch vielleicht im Apparativ wichtig wäre, wir haben ja schon mal ein paar kleinere Umfragen gestartet auf Instagram und auch auf dem Discord, was wir ja weitermachen nach Downton. Und da kamen sehr, sehr viele coole Vorschläge. Oh ja. Ja, und im Moment sieht es so ein bisschen so aus, als ob wir dann doch erst mal vielleicht noch wieder eine Serie machen, weil das wurde sich doch ein bisschen mehr gewünscht. Aber Bücher sind auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Wir haben uns jetzt dazu bisher entschieden, wir haben uns entschieden, oder? Wir haben uns entschieden. Genau, wir haben uns entschieden, dass wir auf jeden Fall unseren Namen beibehalten, dass wir keinen Zweit-Podcast aufmachen werden. Wir werden nach wie vor Patmos-Podcast bleiben. Allerdings werden wir unseren Händel unten drunter einfach von einem Downton Abbey-Podcast in ein Serien- und Buch-Podcast umbenennen. Genau, so ist es. Dann sind wir nämlich freier einmal in der Genre-Auswahl, aber auch in der Epochen-Auswahl. Genau. Ja, und wir haben da noch schon ganz, ganz viele Vorschläge bekommen. Ich reiße jetzt nur gerade ein paar an, die relativ gutes Feedback bekommen haben jetzt schon. Dabei waren Vikings. Wäre natürlich ein krasser Stilbruch, aber ich muss sagen, ich würde es feiern, weil ich habe die Serie geliebt. Oh, ich auch. Ja. Da gab es auch viel Schönes zu gucken, muss man sagen. Oh, ja, das stimmt. Da gab es schon ein paar ganz schön schnuckelige, aussehende Personen. Ragnar, mein Mann. Hallo, Ragnar. Oh, ich meine, die Lagerferns auch nicht zu verachten. Ey, ist so. Ohne Scheiß. Ja. Das stimmt. Ja, da hatte ich auf jeden Fall schon, da hatten wir, glaube ich, schon so einige leuchtende Augen, als wir Vikings dann den Vorschlag bekommen haben und den dann auch gepostet haben. Dann hatten wir Gilmore Girls, was, glaube ich, auch relativ gut ankam. Bridgerton, natürlich. Bridgerton, natürlich. Was kam jetzt noch gut an? Ich habe schon wieder so viel Gossip Girl, glaube ich. Das wäre witzig, weil dann wärst du blind und ich nicht. Das stimmt. Und was hatten wir denn noch? Nee, Friends hatten wir noch nicht gefragt. Once Upon a Time. Once Upon a Time, genau. Das war auch die Serie, genau. Dann fanden auch Leute ein paar Buchideen ganz gut. Im Discord, meine ich. Dass da hier zum Beispiel diese Iron Flame-Geschichte, ne? Ja, von Rebecca Jaros. Genau, das war ganz beliebt. Überhaupt das Fantasy-Genre. Genau, allgemein das Fantasy. Es gab natürlich auch die Rufe nach Harry Potter. Da sind wir uns aber nicht so sicher, weil es gibt so viele Harry Potter-Podcasts. Da sind wir nicht so sicher, ob das wirklich der Way to go für uns ist. Nicht, dass wir es nicht mögen. Ich würde es auch total lieben, darüber zu sprechen. Aber wir glauben ehrlich gesagt, dass es da schon zu viel gibt. Aber lasst uns wissen, was ihr darüber denkt. Also wir, wirklich, wir sind da ganz, ganz offen. Schreibt uns erstmal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit zum Glück. Und ja, genau. Schreibt uns, was ihr gerne von uns hören wolltet. Was wir besprechen sollen für euch. Wir freuen uns richtig doll auf Feedback. Die Katze kratzt gerade um. Ich hoffe, man hört es nicht. Ja, wir freuen uns ganz doll auf Feedback. Und dann haben wir noch, das weiß Mona noch nicht mal. Wir haben wahrscheinlich in der nächsten Folge einen Gast. Der weiß Mona noch nicht mal. Was? Wen? Wir vergessen dir Bescheid zu sagen. Die liebe Lali von den Seitenbummler. Oh, wie schön. Dann lerne ich sie auch kennen. Ich freue mich sehr. Ja, ich hatte das schon mit ihr geschnackt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das ganz sicher ist. Aber ansonsten, ihr werdet es ja hören in der nächsten Folge, wenn sie dabei ist. Hört da auch rein. Auch ein toller Podcast. Ist das die Folge, die wir dann mit ihr aufnehmen? Die hoch angekündigte, schlimmste Folge? Ich kann dazu gar nichts sagen. Weil die vierte fand ich jetzt auch immer noch nicht so schlimm. Ich kann dazu jetzt gar nichts sagen. Ey Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es mir jedes Mal geht, wenn ich so eine Folge anmache, um die vorzubereiten. Dann kommt irgendwo unheimliche Musik oder etwas, was mir Unbehagen auslöst. Dann denke ich, ist das jetzt soweit? Vielleicht wollte ich dich ja auch nur triggern und genau das provozieren. Und es gibt überhaupt gar keine schlimme Folge. Du Fiesling. Wir werden sehen. Na gut. Ich würde aber sagen, das war jetzt erstmal genug vorgeplänkelt. Oder Mona, möchtest du noch was aus deinem Leben erzählen? Ich lese sehr viele Bücher. Stimmt. Oh, ich habe auch jetzt, ich habe ein Buch angefangen. Ich wusste nicht, wovon es handelt. Es ist dein Schmutzbuch. Es ist so schön. Ich musste so lachen. Ja, ich auch. Vor allen Dingen, als Isa mir auf der Leipziger Buchmesse das Buch gezeigt hat und sagte, ja, es war ein reiner Optik-Kauf. Und ich sagte, Isa, Dark Romantasy, bist du sicher, dass das dein Genre ist? Ich glaube, es ist nicht mal Dark. Ich glaube, es ist einfach nur, ich glaube, es ist nicht mal Romantasy. Ich glaube, es ist so ein Dark Academia Romantic Smut, glaube ich. Das fasst das Schaue, finde ich, sehr gut zusammen. Aber dann sagte ich zu Isa, bist du sicher, dass das dein Genre ist? Da sagt sie, nö, ich weiß nicht mal, worum es dir in dem Buch geht. Das ist so gut. Ich habe das Gefühl, ich weiß, worum es geht, ohne mir den kleinen Text durchgelesen zu haben. Einfach, weil ich das Buch sehe, wie es aussieht. Und es hat sich alles bestätigt. Ich habe Seite 20. Ja, es war so krass. Ich habe das Buch angefangen und wir waren essen, also Mona und ich, mit noch Freunden. Und ich so, Leute, ich muss euch was erzählen. Und dann habe ich dieses Buch ausgepackt und es Mona auch in die Hand gedrückt. Und ich habe gesagt, okay, es hat keine 20 Seiten gedauert, bis es schon BJ-Action gab. Ich sage es jetzt mal so. Es war einfach so, ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. Ich habe so, okay, was habe ich mir jetzt hier eingebrockt schon wieder? Also das ist echt, also das Buch heißt Very Bad Kings. Ja, mal gucken, ich weiß noch nicht. Also ich bin noch nicht so sicher. Aber ich habe gesagt, ich lese es jetzt durch, weil es ist auch nicht besonders dick. Ich bin übrigens mal gespannt, was du dann noch sagen wirst, weil ich habe einige Reels und einem Bookstagrammer gesehen, der das Ganze ab Seite 20 liebevoll als, ich glaube, Schwengelbearbeitung bezeichnet hat. Ja, das kann ich absolut bestätigen bisher. Ich fand die Bezeichnung sehr witzig. Ich fand es auch so lustig, vor allen Dingen, weil Mona nimmt das Buch und liest natürlich erst mal mitten im Lokal erst mal Wand vor, ne? Das war so geil. Ich habe es leise vorgelesen und um uns herum war so gut wie niemand. Naja, also sagen wir so, unser Nachbartisch hat schon das gehört und geguckt. Oh Gott. Naja, aber wir haben uns gefreut, wir hatten Spaß. Genau, ja, wenn ihr sowas mögt, dann lest da mal rein. Und ansonsten, vielleicht berichte ich euch noch, wie es weitergeht. Ansonsten betreibe ich noch schamlose Eigenwerbung, denn ich habe bei meinem eigenen Instagram-Account angefangen, mal Dinge zu posten, über Bücher, die ich gelesen habe, über Brettspiele, die ich unter anderem mit euch, den lieben Poeys, wie ich sie jetzt liebevoll nenne. Oh, wir sind die Poeys. Ja, ihr seid die Poeys. Aber sind wir nicht die Pettys? Wieso denn die Pettys? Dann Petmos, wir beide, du und ich. Ja, wir beide schon, aber ich meine dich und Jascha wegen Let's Poe, die Poeys. Ja, okay, ja. Wir sind die Poeten. Ja, es geht um Poetical Content. Aha. Oh, jetzt habe ich einen Run. Ja, aber schaut gerne mal vorbei. Ich freue mich über jeden Like, jeden Follow, jeder, der mich schreibt. Genau, das geht für meinen Kanal natürlich auch. So ist es. Ja, okay. Gut, so jetzt aber wirklich zur Folge. So nach 16 Minuten. Genau, so nach fast 20 Minuten fangen wir dann jetzt auch mal mit der Folge an. Sorry. Wir hoffen, wir haben jetzt nicht zu viele schon verloren, aber wir dachten, wir erzählen mal einfach ein bisschen was aus unserem Leben. Ja, dann ab in die Hauptspeise. Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt. Ab in die Hauptspeise, ab auf die Downton Grounds. Hier sehen wir nämlich, dass Tom ein Grundstück oder mehrere Höfe abläuft und im Hintergrund ist dann auch das Gebäude Downton zu sehen. Danach haben wir eine Überblende in den Dining Room, wo Tom sich an den Tisch setzt zu Edith, Robert und Mary und erzählt, dass es keinen Streit mit seinem Vetter in Amerika gab, als er dort gewesen ist und hofft bei seiner Ankunft die Hochzeit von den Carsons nicht ruiniert zu haben. Edith fragt jetzt nach Marys Plänen und sie verdreht ziemlich die Augen dabei, aber ich finde ehrlich gesagt, dass Edith hier eine berechtigte Frage stellt, denn jetzt, wo Tom wieder da ist, drängt sich die Frage ein wenig auf, ob er wieder die Verwaltung übernehmen wird, ob das Ganze bei Mary bleiben wird und Mary geht damit aber eigentlich relativ cool um, indem sie Tom direkt anbietet, ihn zunächst auf den neuesten Stand zu bringen und natürlich auch gar kein Problem damit hat, ihn wieder an ihrer Seite zu wissen. Thomas erzählt danach auf Nachfrage, dass die Carsons gut in ihrem Cottage angekommen sind In ihren Flitterwochen? Ja, in ihren Flitterwochen, du hast völlig recht. Irgendwie hatte ich das mit Cottage verbunden. Weil sie gleich noch über das Cottage reden. Richtig, hast du recht. Vorher wird aber noch darüber gesprochen, dass Rosamund sich zum Dinner angekündigt hat und bei diesem Krankenhausstreit mitmischen will. Und dabei diskutieren sie noch munterfröhlich, wessen Seite sie wohl unterstützen wird. Das Gespräch wird dann aber durch einen Szenenwechsel in der Theorie beendet. Aber ich denke, es ist ziemlich klar, welche Seite sie unterstützen wird. Nicht Violets Seite. Ja, das ist richtig. Es wäre ja nicht Rosamund, wenn es nicht so wäre. Ja, irgendwie hier passen Mutter und Tochter auch einfach perfekt zueinander. Ja, das stimmt. Nee, aber fand ich schon auch ganz berechtigt die Frage, sag ich mal, von Edith. Aber andererseits, warum sollte Mary jetzt quasi gekündigt werden, in Anführungsstrichen? Warum sollte sie jetzt wieder zu einem anderen Tagesablauf oder so zurückgehen oder zu einer anderen Tätigkeit, nur weil Tom jetzt wieder da ist? Weil ganz ehrlich, sie macht das doch jetzt schon gut. Sie ist da Co-Owner von dem Anwesen. Und warum sollte sie jetzt? Also verstehe ich nicht. Ja gut, bei den beiden geht es ja sowieso oft darum, einfach sich entweder stoisch wegzuignorieren oder wenn sie sich nicht ignorieren, dann entsprechend Stunk zu machen. Oh, das ist echt. Ich hätte mir so gewünscht im Verlauf der Staffeln, die hatten so viele Momente, wo ich mir dachte, jetzt könnte die Beziehung zwischen den beiden endlich mal besser werden. Diese Folge auch wieder. Ich hätte es mir so gewünscht und es passiert einfach nie. Und ich glaube, diesbezüglich habe ich die Hoffnung aufgegeben, bei Thomas noch nicht. Okay. Ja, meine Meinung zu Thomas hat sich geändert. Irgendwie, ich möchte jetzt, dass der sein persönliches Glück findet. Er und Andy. Das muss irgendwie was werden. Wir werden sehen. Oder mit einem anderen Mann. Ich bin dafür. Wir werden sehen. Wir wechseln in die Servants Hall, wo Sergeant Willis offenbar mit Mrs. Baxter sprechen will. Das bekommt sie von Mrs. Padmore gesagt. Aber die neugierigen Nachfragen kann sie quasi unbeantwortet lassen, weil die Klingel läutet, dass sie zu Cora muss. Und danach beginnt auch ein fröhliches Rätselraten, was die Polizei denn von ihr will. Die Bateses, also Anna und Bates, freuen sich, dass sie mal ausnahmsweise nicht selbst betroffen sind von dem Besuch. Und als Thomas reinkommt und gerade dabei ist, verschiedene Briefe zu sichten, greift er auch entsprechend ein und sagt dann eben auch mit, ja, schön für sie, aber für Miss Baxter ist das mit Sicherheit nicht witzig. Ja, so ist es. Fand ich war ein cooler Moment. Und er, ja, fährt dann Mrs. Padmore so ein bisschen an, dass beim nächsten Mal sie solche Einladungen gefälligst über ihn laufen lassen soll. Denn solange Carsten nicht da ist, sei er ja hier der Butler. Ja, Mrs. Padmore hat dann nur einen ironischen Kommentar für ihn übrig. So nach dem Motto, ach ja, so ist das. Ja, mal gucken, wie lange das noch wird. Und ich war, oh. Oh, und dann verschwindet sie in Richtung Küche. Ich habe Miss Padmore sehr gefeiert und dann würden wir die Szene wechseln. Ja, vor allen Dingen sagt sie ja so zu ihm, Warte, was sagt sie? Ja, du bist das jetzt gerade mal für ein paar Sekunden so ungefähr, ne? Und bis Mr. Carsten wieder da ist, also bild dir da mal nix drauf ein. Und ich denke so, ja, Miss Padmore, my girl. Ja, das stimmt. Wobei ich, als ich es geguckt habe, noch direkt dachte, mal gucken, ob das für Thomas so eine Art Bewährungsprobe ist. Ob er, obwohl er ja auch so unbeliebt dort unten ist, es als Butler hinbekommt, die Kontrolle zu wahren, um vielleicht auch in Carstens Achtung wieder ein bisschen zu steigen. Denn in den letzten Folgen hatten wir ja oft diese Thematik, dass er ja eigentlich ein bisschen rausgemobbt wird. Und irgendwie hätte ich mir da so ein bisschen gewünscht, dass er vielleicht so einen Dreh hinkriegt oder dass er sich beweisen kann, um halt da bleiben zu können. Ja, er macht es ja aber in dieser Folge nicht so viel besser. Andersrum, am Ende der Folge kriegt er ja zumindest ein nettes Wort von Carsten. Ja, das stimmt. Ja. Na gut. Gehen wir in Coras Bedroom, wo sie anscheinend eine Nachricht von Spread in der Hand hat oder zumindest ist über Baxter eine Nachricht von Spread eingetrudelt. Und sie sprechen aber dann darüber, dass Violet Lady Shackleton zum Dinner mitbringen will und dass die Fronten in diesem ganzen Krankenhausstreit ja eigentlich schon geklärt sind, aber Violet jetzt sich noch irgendwie unter der Hand noch zusätzliche Verbündete ranholen will. Und Lady Shackleton ist wohl so eine erschlichene Verbündete, so möchte ich es mal bezeichnen. Wahrscheinlich hat Violet Spread beauftragt, den Brief da hinzubringen oder den Brief aufzugeben, wie auch immer. Ja, in der deutschen Synchro war das am Anfang ein bisschen irritierend für mich, weil ich dann dachte, Spread hätte Cora persönlich wegen etwas geschrieben. Durch den Kontext war es dann relativ klar, aber im ersten Moment war ich ein bisschen verwirrt. Ja. Ach, wir sind im Verwaltungsbüro, wo Mary Tom gerade fragt, ob er seinen alten Job wirklich zurück möchte. Und er sagte, ja, er könnte sich das zwar durchaus vorstellen, aber eigentlich möchte er etwas machen, was nicht nur mit dem Anwesen zu tun hat. Denn die ganze Zeit in Amerika, aber auch die auf Downton, hat ihn zweifelsohne verändert. Und gerade in Amerika hat er eben auch erlebt, dass alle mit harter Arbeit einfach etwas erreichen können. Das ist in Großbritannien bisher noch nicht so. Er verurteilt Mary auch dafür nicht, aber trotzdem, da hat er einfach etwas mitgenommen, was er sich, glaube ich, für seine Heimat durchaus wünschen würde. Und deswegen möchte er diesen Weg eigentlich ganz gerne einschlagen. Und Mary möchte dann am Ende, und das fand ich sehr, sehr schön, dass sie das zu ihm gesagt hat, dass Tom da auf seine eigenen Wünsche achtet und in sich hineinhört und sich die Frage stellt, was er wirklich möchte, ohne jetzt zu viel Rücksicht darauf zu nehmen, was sie vielleicht wollen könnte. Dann sind wir in der Servants Hall, beziehungsweise in Carstens Büro, wo Mrs. Padmore, Sergeant Willis, ja, ihn halt in Carstens Büro führt, wo Baxter bereits wartet, und er versichert, dass es nicht um die Bates geht. Und Mrs. Padmore soll dann rausgeschickt werden. Das wünscht sich eigentlich auch Baxter. Und sie kann das auch nicht verhindern, rausgeschickt zu werden, obwohl Mrs. Hughes zweifelsohne dagegen wäre. Weil Mrs. Baxter sagt ja, Mr. Molesley wartet schon vor der Tür. Ich würde ihn hier gerne als Zuhörer haben. Und dann ist Mrs. Padmore persönlich beleidigt. Ja, ach ja, ich verstehe schon richtig. Alles klar, I'm out of here. Ich fand's so gut, wie sie dann so richtig pikiert ist einfach. Ja, aber so meine ich das nicht. Nee, nee, hab ich schon richtig verstanden. Das Ding ist durch, ist okay. Ich fand's so gut. Ich fand's ein bisschen unfair. Ja, vor allen Dingen, weil, ich meine, Miss Baxter hat ja einen guten Grund dafür, sag ich jetzt mal, weil Molesley die Geschichte ja schon kennt. Und sie möchte eben nicht, dass noch mehr Leute davon erfahren, vielleicht. Ja, das ist das eine. Und sind wir mal ehrlich, Mrs. Padmore und Mrs. Baxter sind jetzt auch nicht die Best Buddies, wie es Padmore und Mrs. Hughes sind. Und das... Aber du weißt doch, Mrs. Padmore, die mag doch immer überall ihre Augen, ihre Bohren drin haben. Nee, die braucht das. Und Mrs. Padmore... Die braucht den Gossip. Ja, die braucht den Gossip. Die braucht das. Sie ist Gossip Girl. Ja, sie geht auf jeden Fall. Wigsau, Wigsau. Miss Padmore. Aber dann wäre die Identität ja klar. Okay. Ja, als sie dann rausgeht, erfahren wir auch, um wen es eigentlich geht. Nämlich Peter Coyle, der wegen Diebstahl vor Gericht steht. Er steht aber nicht alleine vor Gericht, sondern mit ihm zusammen. Auch eine junge Frau, die ja im Grunde in die gleiche Situation wie Mrs. Baxter geraten ist. Und Sergeant Willis möchte ganz gerne, dass Baxter eine Aussage macht, damit nicht nur ihr Fall nochmal neu aufgerollt werden kann, wenn sie als Leumundszeugin auftritt, sondern eben auch zukünftig andere Frauen vor einem ähnlichen Schicksal bewahrt werden können. Denn er erzählt nämlich auch, dass bisher immer nur die Frauen verurteilt worden sind. Und alle wissen sozusagen, dass der Peter Coyle eigentlich die Strippen zieht, aber er konnte noch nie richtig für etwas belangt werden. Ja, weil sich eben auch noch keiner getraut hat, gegen ihn auszusagen, weil sie sich geschämt haben. Und das möchte er jetzt eben ändern. Ganz genau. Er geht dann, weil Mrs. Baxter sich weigert, eine Aussage zu machen. Und als er das tut, spielt Moseley darauf an, dass Cole wohl mit einem guten Aussehen gesegnet ist und damit wohl auch andere beeinflusst hat. Und er möchte Baxter auch davon überzeugen, selber auszusagen, weil er eben auch sagt, hey, sieh es doch mal so. Böse Menschen kommen nur deswegen davon, weil die Guten nichts unternehmen. Das war ein sehr schöner Satz. Ich bin am überlegen, ob das mein Lieblingszitat ist. Es ist strong. Es ist wirklich strong. Aber ich kann Miss Baxter auch total verstehen, dass sie nicht schon wieder dieses Fass aufmachen will. Dass sie auch vielleicht ein bisschen Angst vor dem Mann hat, dass der ihr was könnte, falls der wieder freikommt, weil es ja sich wieder rauswieselt. Dass er dann vielleicht ihr was antun könnte oder halt zu ihr kommen könnte, ihren Ruf schädigen könnte und so weiter. Also ich kann es auch verstehen. Andererseits, und das finde ich auch gut, dass sie sich ja noch dafür entscheidet. Das kommt ja gleich noch. Katze. Das kommt ja gleich noch. Und da finde ich das halt auch richtig strong, dass sie eben sagt, nee doch, komm, mach ich. Mach ich doch. Wir wechseln erstmal in die Library, wo Robert am Schreibtisch sitzt und Cora gerade reinkommt. Sie erzählt dann, ein bisschen genervt, dass Lady Shackleton wohl noch ihren Neffen zum Dinner mitnehmen will. Und keiner weiß so richtig, wer das eigentlich ist, aber sie vermuten, dass Violet im Grunde ja ihr kein Mittel zu schade ist, um diesen Krankenhauskampf auf Biegen und Brechen für sich zu entscheiden. Das Ganze wird ein bisschen unterbrochen. Aua, Jonesy. Jones, bitte nicht krallen. Das Ganze wird von Tom unterbrochen, der reinkommt und erzählt, dass die Carsons ein neues Cottage kriegen sollen, weil ja das, was sie sich gekauft haben, erstmal noch renoviert werden muss. Das erfahren wir später, dass die Handwerker da noch zu Gange sind. Und in dem Zuge möchte Cora gerade über die U-Tree-Farm sprechen. Aber Robert und Tom wollen das eigentlich ganz gerne selber übernehmen und nur das Haus vermieten. Genau. Das heißt, die Frage um Mason ist in dem Moment überhaupt gar kein Thema. Und Robert erzählt noch am Ende, dass er froh ist, dass Tom wieder da ist. Ja. Voll schön. Ja, mega. Wer hätte das gedacht am Anfang? Ja, dass der mal sich freut, dass Tom wieder da ist. Und ich finde das auch richtig cool, weil Tom erzählt ja auch ein bisschen was von seiner Einstellung jetzt, seiner politischen, weil er möchte ja auf jeden Fall was machen, womit alle fein sind. Das heißt, er möchte Mary auf jeden Fall den Job nicht wegnehmen. Ja. Er möchte aber irgendwas machen, was sich nicht nur um das Anwesen dreht, damit er eben auch sich selber ein bisschen verwirklichen kann. Und er möchte halt dem König nicht zu sehr in die Tasche spielen, logischerweise, weil er ist ja einfach politisch auch so eingestellt, dass er ja sehr sozialistisch eingestellt ist. Aber er hat auch nichts, und das fand ich ein bisschen komisch für Tom, er hat auch nichts gegen den Kapitalismus, wie er in Amerika gelebt wird. Ja, Tom, was ist los mit dir? Weil, nein, ich glaube, ihm geht es aber nur darum, dass er das gut findet, dass eben auch die Arbeiterklasse sich richtig krass hocharbeiten kann. Und dass eben auch während einer Lebensspanne von einem normalen Menschen, dass die eben auch was erreichen können. Das stimmt. Und da sehen die anderen, also Robert und Mary ja so, ja, aber hier ist es ja noch nicht so angekommen. Und er so, ja, aber die Zeiten werden sich ändern, und auch hier wird das passieren. Ja. Ja. Und da ist er ja natürlich schon ziemlich zukunftsweisend, muss man sagen. Das stimmt. Dann ist es so ein bisschen, hold on, da wird noch was passieren. Und ich bin der Erste, der dabei ist. Ja. Wir wechseln in Mary's Room, wo sie nach den neuen Dienstmädchen fragt. Und Anna meint, dass sie im Grunde genommen sehr nett sind, aber man kenne sie eigentlich gar nicht so richtig, weil sie nicht auf Downton wohnen, sondern abends halt immer nach Hause gehen. Und deswegen sie und Mrs. Baxter teilweise ein bisschen mehr Arbeit verrichten. Also sowas wie die Betten aufschlagen, Kissen aufschütteln, solche Geschichten. Mhm. Da macht sich Mary dann auch direkt Sorgen wegen Annas Schwangerschaft. Mhm. Von der Bates auch immer noch nichts weiß, sondern eigentlich nur glaubt, sie esse zu viel, weil so langsam könne man wohl ein kleines Brüchlein sehen. Ja, sie hat ganz schön viel Kuchen gegessen. So ist das wohl. Und in dem Moment, als hätte man ihn gerufen, kommt Bates dann auch in den Raum hinein, was ich sehr ungewöhnlich fand, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie haben ihn auch gerufen, damit er Sachen tragen kann für Mary. Weil sie eben nicht möchte, dass Anna es schwer trägt. Genau. Um dieses Thema geht es dann nämlich auch. Und Mary sagt dann auch, sie möchte eigentlich, dass Maudsley und Andy die Koffer tragen. Also eigentlich soll Bates nur Boote sein. Mhm. Die sind aber beide Dorf, auch wenn Carson das niemals erlaubt hätte. Aber wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen ja die Mäuse auf den Tischen. Das heißt, Thomas hat also nicht so viel Kontrolle hier, verstehe. Mary lehnt es dann aber ab, dass Anna einen der Koffer trägt. Also muss Bates leider mit seinem Stock und den schweren Koffern zweimal laufen. Ja, aber hat er ja auch kein Problem mit. Hat er auch kein Problem mit, wobei er so ein bisschen sass. Was ist hier los? Wir wechseln ins Dowager-Haus, wo Violet und Lady Shackleton gerade Tee trinken. Und Lady Shackleton bedankt sich, dass sie ihren Neffen mitnehmen darf, weil sie halt nicht so oft die Gelegenheit hat, ihn zu sehen. Das Ganze passt Violet aber überhaupt nicht in den Kram. Das gibt sie auch sehr, sehr deutlich zu verstehen. Lady Shackleton sagt dann aber auch nochmal auf Nachfrage, dass sie den Plan natürlich kennt. Cora muss davon überzeugt werden, der Krankenhausfusion nicht mehr zuzustimmen. Sie fragt sich aber, warum das eigentlich notwendig ist, weil sie befürwortet modernere Behandlungsmethoden. Und dass alle Dinge dann ja ein bisschen effizienter und flüssiger gehen. Also sie sieht eigentlich nur Positives für die Patientinnen. Was Violet nicht so geil findet. Das findet sie überhaupt nicht geil. Sie übt dann auch latenten Druck aus. Und auch im Motto, sind sie jetzt hier, um zu helfen oder sind sie hier, um mir ein Messer in den Rücken zu rammen? Wofür? Ja, natürlich, um zu helfen. Okay, Entschuldigung, bitte töte mich nicht. Es ist eine neue Teesorte. Faszinierend, aus Übersee. So stellen wir das vor. Wir sind zurück in der Servants Hall, wo Thomas sich an Carstens Platz setzt und Freiwillige sucht, um das neue Cottage der Carstens zu reinigen. Andy meldet sich auch direkt dafür und Daisy bedauert in dem Kontext, dass sie nicht in ihr eigenes Haus können. Und dabei erfahren wir dann eben auch, dass da noch Handwerker zugange sind und sie dort deswegen noch nicht einziehen können. Mhm. Danach wird die subtile Frage gestellt, ob man Mrs. Hughes nun eigentlich Carsten nennen müsse. Darauf bekommen wir aber keine Antwort, weil Daisy wieder ihre Sorgen um das Schicksal von Mr. Mason vorbringt und deswegen vom Thema im Grunde so ein bisschen ablenkt. Und als Thomas dann aber hört, dass sie von der Newtreefarm spricht, erzählt er ihr, dass das Haus eigentlich nur vermietet werden soll und die Pacht aber nicht neu vergeben werde. Dabei ist sie mega enttäuscht und wettert dann auch schon so richtig, als Moseley dann auch sagt, hey, Moment mal, Mason ist das Land ja nie klar zugesichert worden. Ja. Calm down. Ja, so ist es. Und mich regt Daisy auch schon wieder sowas von auf in dieser Folge. Ja, die ist so eine neue Sarah Bunting. Ich finde die gerade ganz schrecklich. Ja, es ist wirklich ganz schlimm. Aber gerade eine andere Sache. Was denkst du denn? Findest du das auch so problematisch, dass Mrs. Hughes jetzt Mrs. Carsten genannt werden soll? Nö, überhaupt nicht. Ja, aber die machen ja alle so einen richtigen Film von. Ich dachte, vielleicht kennst du die Situation, hast du das schon mal in deinem Alltag gehabt, dass du Leute auf einmal anders nennen musstest? Und wie hast du dich, hast du dich schwer damit getan? Wie fühlst du dich damit, Mona? Möchtest du darüber reden? Naja, tatsächlich kennen wir beide so eine Situation. In der Tat, ja. Weil wir im Freundes- und Bekanntenkreis eine Person haben, die uns irgendwann mal gesagt hat, dass eine Namensänderung beim Vornamen angestrebt wird. Mhm. Und das war am Anfang eine Umstellung, aber keine große, weil ja die Buchstaben zum Teil ähnliche waren. Das stimmt. Also die Anfangsbuchstabe war der gleiche und das war dann natürlich am Anfang einfach ungewohnt, aber für mich jetzt überhaupt gar kein Problem. Ja, für mich war es ein größerer Unterschied, weil ich die Person vorher auch nicht mit dem richtigen Vornamen, sondern mit einem Spitznamen angesprochen habe, der halt doch deutlich anders war. Ja, das stimmt. Aber ich habe, also ich fand es in Ordnung und ich habe es mir dann einfach im Handy direkt umgetragen und dann war das auch fein. Also dann hat das auch gut funktioniert. So ist es. Tatsächlich, ja. Also von daher, da habe ich jetzt gar keine Bauchschmerzen mit und wenn jemand geheiratet hat, ja dann ist das vielleicht am Anfang auch eine Umstellung. Aber gut, wir in unserem Alltag sprechen ja unsere Freunde und Bekannte nicht mit ihrem Nachnamen an. Nee. Doch, früher. Früher hatte ich Kumpels, die hatten Spitznamen und das war meistens ihr Nachname. Ja. Wie sie alle so hießen. Das stimmt. Also da habe ich im Freundes- und Bekanntenkreis auch einige. Dann hat das aber andere Gründe, warum sie mit ihrem Nachnamen angesprochen werden wollten. Nee, aber an und für sich verstehe ich auch nicht, was die da für einen Fass aufmachen. Das ist halt ein Luxusproblem. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und ich finde auch so dieses, die ganze Zeit, da müssen wir sie ja Mrs. Carson nennen. Oh Gott, das ist ja so schrecklich. Und ich denke so, Leute, es ist nur normal, dass wenn Leute heiraten, dass du sie dann vielleicht auch mit einem anderen Nachnamen ansprechen musst. Ja, so ist es. Ich meine, die könnten ja auch darüber zu übergehen, sie Elsie zu nennen, aber das ist auch, glaube ich, nicht so angemessen. Zu der Zeit wahrscheinlich nicht. Ja, ich meine, ich finde die Lösung auch für uns im Podcast natürlich nachher einfacher, weil wir uns nicht umstellen müssen. Aber ich hätte jetzt auch keinen Schmerz damit gehabt, sie Mrs. Carson zu nennen. So ist es. Ja, Daisy stürmt auf jeden Fall raus und später dann auch Andy, der von Thomas nicht zum Cottage begleitet werden will, weil Thomas bietet das an. Und er so, nee, nee, das kriege ich schon alleine hin. Wusch. So, jo, alles klar, was ist hier denn los? Ja. Thomas möchte kein Mitleid von Molesley, der spricht nämlich Ähnliches aus und Bates schaut süffisant rein, weil er das Ganze natürlich beobachtet hat. Ich finde es auch so geil, wie Bates einfach die ganze Zeit immer so schämisch im Hintergrund ganz oft steht und das alles irgendwie so wohlwollend, witzelnd betrachtet. Was ich aber ganz schön finde eigentlich, weil es zeigt ja auch ein bisschen, dass Bates auch eigentlich bereit ist, auch mit Thomas vielleicht jetzt auch ein bisschen lustiger umzugehen in der Zukunft. Und das finde ich irgendwie auch ganz nett. Also auch mit dem Spruch aus der letzten Folge, wo er noch meinte, oh Gott, bewahre, dass sie es hier nett finden oder so, Mr. Barrow. Also ich finde, man hatte das Gefühl, dass Bates, glaube ich, diese Feindschaft so ein bisschen aufweichen möchte. Und das würde ich mir eigentlich auch wünschen. Ob er das jetzt so aktiv macht, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber ich finde, gerade so in vergangenen Szenen kam schon durchaus durch, dass es ihm, wie ich finde, recht gut gelungen ist auf eine, ich will nicht sagen charmante Art, weil das stimmt nicht ganz. Mir fehlt ein passendes Wort dafür. Aber ihm so ein bisschen die Pistole auf die Brust zu setzen im Sinne von, jetzt sei doch mal ehrlich zu uns, Jung. Ja. So, das tut nicht weh. Ja, aber gerade das finde ich halt so nett, weil das wirkt so, weißt du so, das wirkt wie so ein freundschaftliches Sticheln und Trietzen so ein bisschen. Und das ist, also da sie keine Freunde sind, braucht es natürlich noch Arbeit, klar. Aber ich finde es irgendwie auch nett. Also ich finde, da könnte mehr draus werden, weißt du so. Also da könnte vielleicht eine Freundschaft draus werden in gewisser Weise. Na vielleicht. Aber dafür ist, glaube ich, zu viel passiert in der Vergangenheit. Vielleicht setzen sich ja Baxter und Moseley irgendwann ein bisschen für den allgemeinen Hausfrieden ein, weil Baxter ist ja schon Thomas gegenüber freundlich gesinnt und Moseley wird es vielleicht irgendwann sein, weil er ja Baxter so gerne mag. Wir werden sehen. Bis dahin wechseln wir wieder auf die Downton Grounds, wo Edith mit Rosamund zum Anwesen fährt und selber am Steuer sitzt. Sie ja werfen die Krankenhausdiskussion wieder auf und sagen halt, dass die nicht öffentlich sein darf, weil sonst das Risiko besteht, dass Cora und Violet aus dem Vorstand raus müssen. Und Rosamund hat aber noch andere Neuigkeiten, wie sie erzählt, denn sie ist Stifterin vom Hillcroft House, einem College für Frauen, die ja nicht die Möglichkeit haben, Bildung in Anspruch zu nehmen, also auch aus ärmeren Verhältnissen stammen. Und sie würde ganz gerne Edith als weitere Stifterin vorschlagen. Und deswegen ist sie auch auf Downton, also nicht nur um diesem ganzen Krankenhausdispot zu lauschen, sondern auch um den Schatzmeister zu sehen, einem gewissen John Harding, einem Safe-Maid-Man in Ediths Alter. Wo ich mir so dachte, als sie das schon so wieder angekündigt hat mit, er ist mehr in deinem Alter als in meinem, dachte ich, oh Gott, Kupplerin, was geht hier ab? Dass das nicht mehr passieren wird, wird dann wahrscheinlich ein wenig später klar. Merken hat es das für später. Wir sind in der großen Halle, wo Cora gerade nach oben gehen möchte und dann von... Du grinst so, wolltest du noch was sagen? Ja, nö. Sprich weiter. Okay. Ich frag dich gleich. In der großen Halle will Cora gerade nach oben gehen und wird dann von Molesley abgepasst. Er will dann aber überraschenderweise gar nicht über Daisy und Mason sprechen, womit ich eigentlich gerechnet hätte, sondern über Baxter. Mhm. Blätter. Wir haben dann direkt einen Zähnenwechsel in die Küche, wo Daisy wutentbrannt die Kartoffeln stampft. Oh, ja. Also, ich muss mal kurz Mais stampfen gehen, ist hier nicht, hier werden die Kartoffeln malträtiert. Mhm. Und sie fühlt sich komplett im Stich gelassen. Sie meckert herum, wie ungerecht das ist, dass Mason den Hof nicht bekommt, obwohl ihm der ja zugesichert worden sei, hier und da, Tüdelüt. Und Mrs. Pitmore ist aber skeptisch, weil sie sagt, naja, hallo, wer hat dem guten Mann denn eigentlich die Hoffnung gemacht? Das warst ja wohl du. Yes. Und sie sagt, ja, ist das jetzt meine Scheude oder was? Ja. Stampfstamm. Actually, ja. Absolut. Bin ich voll bei dir. Daisy will davon überhaupt nichts hören und stampft einfach wutentbrannt weiter. Und ich denke mir, du, Frau, why? Boah, Daisy macht mich gerade wütend. Ja, ich finde es auch ganz schlimm in dieser Folge wieder. Dieses so, boah, Daisy, Kameo-Titz. Wirklich. Also, das ist ganz schlimm, wie sie dann schon wieder anfängt. Ich muss das jetzt klären. Ne, ne, ne. Ich kann das jetzt nicht akzeptieren. Die haben mich ja total vorgeführt. Die haben das ja versprochen. Und ich so, nein, Daisy, niemand hat irgendwas versprochen. Du hast aus allem wieder, du hast wieder aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Bei allem. So. Ach. Ja. So, wie sie da stampft, ne. Dann denke ich, boah, die armen Kartoffeln. Die armen Kartoffeln, die Wut wird man am Ende rausschmecken, wenn sie von dem ganzen Gestampfe nicht... Die Wut wird man rausschmecken. Ja, ist doch so. Oder von dem ganzen Gestampfe geht noch die Schüssel kaputt. So wie die... Oh. Also, da, bamm, bamm, bamm. Hallo. Aber ich finde es auch geil, wie ja auch... Ne, warte, ist das in der Szene, wo Mrs. Padmore zu ihr sagt, so von wegen, ja, kannst du jetzt mal aufhören, hier rumzuwettern oder so von wegen... Oder kommt Karl Marx vorbei, um das Essen weiterzumachen. Ja, richtig geil. Das finde ich so gut. Macht Karl Marx jetzt hier weiter? Ja, das kommt später. Ich musste auch mega lachen. Ich habe so gelacht. Ja, da habe ich Padmore auch gefeiert. Aber an dieser Stelle Hashtag Mitleid den Kartoffeln. Ja. Schön. Auf in den Drawing Room, wo Lady Shackleton und Henry Talbot gerade angekündigt werden. Henry also. Ja, ja. Entsprechend überrascht guckt die gute Mary auch und löchert ihn auch direkt mit Fragen. So nach dem Motto, wussten sie etwa, wohin sie fahren? Was haben sie hier zu suchen? Ich habe davon überhaupt nichts gewusst. Und er nur so, ein paar Geheimnisse werden wohl noch gewahrt bleiben dürfen, nicht wahr? Er ist aber auch sassy, oder? Ich finde ihn geil. Ich finde die beiden was immer zusammen. Ja, er ist auf jeden Fall ein Match für Mary. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, die werden noch was. Ja, wer weiß. Aber auf jeden Fall finde ich sie, ich finde ihn einfach immer die ganze Zeit so super sassy, weil er immer die ganze Zeit so, ich bin total unbeeindruckt. Ja, ja. Ganz genau. Er erzählt dann aber doch, dass er unter anderem auch da ist, um sich ein Auto anzugucken. Weil er, wie wir etwas später erfahren, in einem Verein, in so einem Autorennverein tätig ist und für die auch fährt, damit sogar sein Geld verdient. Fand ich sehr spannend. Mhm. Also währenddessen können wir das Gespräch zwischen Rosamund, Cora und Isabel verfolgen, die über das Cottage sprechen. Und Edith glaubt, dass das wirklich Lebenswege verändern kann. Wiederum parallel fragt, weil gerade Lady Shackleton nach Henrys Herkunft, so nach dem Motto, ja, welcher Talbot ist er denn eigentlich? Das scheint eine etwas weit verzweigtere Familie zu sein. Und die beiden stellen dann fest, dass es bis zum Grafentitel noch eine ganze Weile dauern könnte, weil vor ihm quasi 14 Männer erst mal den Löffel abgeben müssen, damit er den Titel kriegt. Okay, also nicht so aussichtsreiche Perspektive. Ja, aber ich dachte so, alter ey. Und in dem Moment konnte ich mich sehr gut mit Robert identifizieren und relaten, weil er das Ganze sich so anguckt und dann, boah, also Leute, wenn man euch hier so reden hört, was ist denn hier auf einmal los? Ja. Und dann sagt Violet dann noch sowas wie, ja, was mischst du dich hier jetzt wieder ein? Ja, es gibt nichts Aufmerksameres als die Augen eines Sohnes. Also das, ja, wo hast du das denn jetzt schon wieder gelesen? Mutter, warum glaubst du eigentlich nicht, dass ich mir Dinge auch mal ausdenken kann? Und Lady Shackleton unterbricht das Gespräch aber nochmal höflich und bedankt sich eben auch, dass sie ihren Neffen mitbringen konnte und ja auch keine Umstände machen will. und Robert sagt dann, hey, überhaupt gar kein Problem, tun sie mir nur einen Gefallen und lassen sie sich nicht in diese Krankenhausdebatte noch mit reinziehen. Ja. Warum ist sie wohl da? Ja. Ab in die Servants Hall. Ja. Da läuft Baxter nervös am Fuß der Treppe auf und ab und macht Molesley, als er dann runterkommt, massive Vorwürfe, dass er mit Korra über die ganze Situation gesprochen hat. Er sagt dann aber zu seiner Verteidigung, dass er es für falsch hält, zu schweigen und nicht auszusagen. Thomas kommt dann rein und ruft erstmal zur Weiterarbeit auf, so nach dem Motto, was lungerst du hier herum, was hast du hier zu suchen? Psch, ab wieder nach oben. Und als die beiden dann... Ich hab mich voll erschreckt. Sorry. Durch deinen Stamm hab ich mich voll erschreckt. Oh Gott. Ich mach für eine Überraschung gut. Mona. Ach geil. Ja, als dann Thomas und Molesley wieder weg sind, kommt Anna aus einem Nebenraum heraus und erkundigt sich, wie es Molesley eigentlich geht. Hat dann aber auch einen kurzen Schwächeanfall, den sie aber versucht zu überspielen. Naja, Schwächeanfall, sie hat Schmerzen. Ja, sie hat Schmerzen, aber für Baxter muss es so aussehen, als hätte sie einen Schwächeanfall, weil sie hält sich auch den Bauch so ein bisschen, sie scheint irgendwie Krämpfe zu haben oder so. Auf jeden Fall tut's gerade ordentlich weh. Ist das nicht Molesley, der sie sieht? Ich glaube, Molesley steht da noch. Baxter ist weggegangen, Molesley steht da noch und Anna ist so und dann, ey, ist Anna, ist alles okay? Und sie so, ja, ja, alles gut, alles gut, ne? Es ist nicht schlimm, ist nicht so wild. Ja, du hast recht. Ach, meine Notizen. Ja, ach, alles gut. Sorry, ich baue hier Filmfehler. Filmfehler. Ein Notizfehler. Oh, ich habe vorhin wieder, kleiner Funfact, wieder dieses Kochding geguckt. Funfact. Worüber wir noch bei unserem... Eine Zwiebel. Eine kleine Zwiebel. Eine kleine rote Zwiebel. Zwiebel. Und was ich total vergessen hatte, war... Oh, ich lieb's. Stellt die Butter bereit und dann könnt ihr sie für eine Minute leise betreiben. Ach ja, stimmt, genau. Betrachte die Butter leise für eine Minute. Alter, ey, ich habe mir eben wieder angeguckt und musste wieder richtig lachen. Das ist Schwarzbrot, kann weg, das wird nicht weiter benötigt. Für die Kinder gibt es einen guten Riesli. Dieses Essen steht für sich. Der Wein wird gemischt mit dem Nudelwasser. Das ist so gut. Richtig feine Küche. Richtig feine Küche. Ja, geil. Wer es nicht kennt, guckt euch die generierten, also die mit dem Computer generierten Rezepte von Coldmirror an. Es ist Wahnsinn. Richtig gut. Das ist so gut. Ich lieb's. Geil. Vorher sie mit der Butter eine Beilage, zum Beispiel in Form eines Salatblattes. Ein echter Hingucker. Ja, mit der Butter. Und die so fäsch. Voll widerlich. Ja, zurück in den Dining Room, wo die Krankenhausdebatte auf Hochtouren läuft und Lady Shackleton sich aber nicht so klar äußern möchte. Währenddessen flüstern Edith um Tom über Toms Pläne. Und Tom erzählt, dass er sich etwas mit Autos vorstellen könnte. Nicht zuletzt, weil ihn jetzt auch die Anwesenheit von Henry Talbot so ein bisschen inspiriert. Mhm. Und dann haben wir auch zu Henry und Mary eine perfekte Überleitung, denn die beiden reden darüber, wie er sich seinen Lebensunterhalt verdient und wie er eigentlich bisher so gelebt hat. Und dabei erzählt er nämlich, dass er Rennen für ein Team fährt und ja, dass sozusagen auch für ihn ein gutes Mittel ist, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Finde ich für 1925 eigentlich recht erstaunlich. Auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil es Autorennen da zweifelsohne schon gegeben haben wird. Ja, die Krankenhausdiskussion geht dann währenddessen weiter und hier finde ich das Zielmittel auch ziemlich cool, denn während die anderen sich so leise flüsternd unterhalten, hört man richtig, wie die Krankenhausdebatte im Hintergrund immer lauter wird, bis die Kamera wieder die Perspektive wechselt. Ja, voll gut. Und hier ist Violet komplett außer sich, weil alle gegen sie sind und Isabel ja, nee, warte, das muss ich anders anfangen, also weil alle gegen sie sind. Und Rosamund sagt dann, naja, hallo, darf denn hier Rosamund keinen eigenen Disput führen und hier nicht für ihre eigene Meinung einstehen? Und dann sagt Violet auch direkt, ja, natürlich darf sie diese Dispute führen, aber sie darf sie nicht gewinnen. Hier müssen Regeln eingehalten werden. Da ist jemand ein sehr, sehr schlechter Verlierer. Ist wirklich so. Wir wechseln in die große Halle, wo Robert dankbar ist, dass Lady Shackleton nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen hat, denn anders als vereinbart, hat sie sich ja anscheinend nicht klar für Violets Position geäußert. Währenddessen gibt Henry Mary seine Karte und möchte ganz gerne mit ihr ausgehen. Ha, richtig geil. So, ich gebe ihm mal hier meine Karte, vielleicht sind wir irgendwann mal wieder in London und wir nehmen einen Drink ein oder wir gehen vielleicht mal essen, dann sagen sie ja meine Karte. Ist aber auch so geil, dieses so, anstatt zu sagen, ja, wir können uns ja verabreden, so und so, sie finden mich da und da, was weiß ich, das ist meine Nummer, hier ist meine Karte. Und du denkst so, hallo, Mr. World Warp. Ja, aber ganz ehrlich, ich fand das erstaunlich, aber irgendwie auch cool von ihm, weil damit muss Mary die Initiative ergreifen, nix damit, er muss anrufen, sondern hier hast du meine Karte, da steht alles drauf. Ich sag's ja, sassy Henry. Monsieur, Edith macht sich parallel Sorgen, dass alle aus dem Vorstand geworfen werden könnten nach dem Tamtam, das sie jetzt sozusagen veranstaltet haben, wenn es zu dieser Übernahme kommt, wenn Violet aber auch, und vor allen Dingen halt auch, wenn Violet den Kampf verliert, ne, weil die Fusion wäre ja dann in dem Moment die Konsequenz. Rosamund erklärt dann aber auch nochmal ganz klar, dass sie Violets Ansichten für falsch hält und währenddessen verabschieden sich die Gäste, die Halle wird leerer und Roberts Schmerzen kehren zurück. Also diese ganze Geschichte wird nochmal aufgerollt. Ich hab ehrlich gesagt das Gefühl, dass diese beruhigende Diagnose eine falsche war. Wir werden sehen. Wir sind... Cora sorgt sich dann aber auf jeden Fall auch ziemlich, ne? Auf jeden Fall. Und dann merkt sie, sie sieht das und ist so, oh, oh, was ist hier los? Ja, und er hält sich auf dem Bauch und während er hochgeht so mit, fang bitte nicht wieder damit an. Ja, ja, genau. Und ich denke mir, doch, fang bitte wieder damit an. Aber das sagt er doch erst später, oder? Als das mit Daisy ist. Ich glaube, jetzt sagt er erst dieses mit dem so, ah, ich sollte wirklich den Brandy weglassen. Den Port. Den Port. Ja, du hast recht. Das kommt nämlich erst, nachdem Cora den Einlauf gedodged hat von Daisy mit dem anderen. Ja, stimmt, du hast recht. Hm, ja, das war auch eine coole Sache. Ja. Merken wir uns das für später. Erstmal sind wir am Hinterhof, wo Thomas und Baxter miteinander reden. Und Thomas lamentiert so ein bisschen. Er sagt, er sieht keinen Sinn in seinem Leben und in seiner Arbeit. Er weiß gar nicht, warum er das alles überhaupt noch macht. Und ja, Baxter versucht ihn so ein bisschen zu trösten, so nach dem Motto, naja, stellen wir uns diese Fragen nicht alle. Und er sagt dann halt, naja, meine Situation ist von ihrer Grund verschieden, weil sie werden hier geschätzt, sie haben hier Freunde, ich habe sie nicht. Und er sagt dann eben auch, dass er ganz schön neidisch auf sie ist. Und dann dachte ich so, alter Thomas, das ist ganz schön groß. Also Neid zuzugeben, sowas gibt niemand gerne zu. Und deswegen fand ich das Credits für Thomas richtig cool, dass er es gemacht hat. Ja. Und sie sagt, dass sie aber auch auf ihn neidisch ist, weil er ein Auftreten hat oder grundsätzlich auf sie so wirkt, als sei er eine Person, der die Meinung anderer einfach scheißegal ist, der zieht sein Ding durch. Ja. Er sagt dann aber, sie haben einen völlig falschen Eindruck von mir, denn mir ist es nicht egal. Und ich kann ihnen auch sagen, sie sind deutlich stärker, als sie eigentlich glauben. Oh, das ist nicht so schön. Das ist eine richtig geile Szene. Ist so. Auch da habe ich mir überlegt, Thomas, ist das mein Lieblingszitat? Sie sind stärker, als sie denken, aber ich bin auch neidisch, sie haben einen falschen Eindruck von mir. Es ist ein bisschen geschummelt, weil eigentlich ist es mit meine Lieblingsszene. Ja, ich verstehe es. Credits für Thomas. Ja. Muss ich wirklich sagen. Ja. Ich würde dir erlauben zu schummeln, weil ich muss wahrscheinlich auch ein bisschen schummeln. Aha. Wir sind erst mal wieder in Carstens Büro, wo Baxter Moseley und Sergeant Willis wieder miteinander sprechen. Baxter sagt wieder, dass sie nicht aussagen will, weil wieso sollte sie es denn auch tun, um ihre Rachegelüste zu befriedigen? Willis erklärt dann aber nochmal ganz klar, warum er ihre Aussage möchte, um andere Frauen zu schützen und sie vor ihrem Schicksal zu bewahren. Und natürlich kann man sie zu keiner Aussage drängen, man kann sie aber sehr wohl dazu zwingen, zu der Verhandlung zu kommen. Daraufhin möchte Baxter erst einmal wissen, was denn eigentlich passieren würde. Und Willis sagt dann, dass er der vollsten Überzeugung davon ist, dass die lange Liste an Zeugen, die sie gerade am Anfertigen sind, dafür sorgen könnte, dass es zu einer Verurteilung kommt, obwohl der Peter Coyle wahrscheinlich selber gar nichts sagen wird. Am Ende stimmt Baxter dann auch zu, eine Aussage zu machen und als Moseley sie fragt, was ihren Sinneswandel hervorgerufen hat, sagt sie, dass im Endeffekt Willis' Aussage der anderen Frauen, die einfach ein ruiniertes Leben durch diesen Typ haben, sie umgestimmt hat. Umgestimmt haben, danke. Das Wort habe ich gesucht, weil er auch halt auch richtig sagt mit, ja, hallo, wir wissen hier von mindestens ein bis zwei Frauen, die tot sind. Mehrere sind in die Prostitution abgerutscht oder in die Armut. Ja. Oder halt wie sie im Gefängnis gelandet. Was muss noch passieren? Ich habe mich aber auch wieder gefragt, bevor wir die Szene wechseln. Reicht so eine Zeugenliste wirklich aus? Das kam mir schon wieder so shady vor, wie diese ganzen Gerichtsgeschichten sowieso auf Daunten ablaufen, so weißt du, dieses Ding, oh, wir haben hier irgend so einen unbekannten Zeugen, Bates muss schuldig sein. Oh, wir haben hier irgendeine fadenscheinige Aussage von, oder so eine Wiedererkennung bei einer Gegenüberstellung, wir haben nur eine einzige blonde Frau vor, sonst nur Grünetten, auch Enner muss schuldig sein. Und dann denke ich mir, dann soll eine lange Liste an Zeugen aussagen. Aber es ist immerhin mehr als eine Aussage, die das bestätigt. Also es wäre schon mal mehr als bei den anderen. Ja, das stimmt. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Ich meine, ich glaube, das kann eigentlich nur dann, ich würde mal sagen, als repräsentativ und valide gelten, wenn diese Zeugenaussagen unabhängig voneinander gemacht werden und sich dann halt ein klares Muster ergeben. Ja, ja, genau. Deswegen, also ich glaube, dass das. Andererseits hat ja jetzt gerade der Sergeant Willis, durch alles, was er erzählt hat, ohne dass Baxter irgendeine Aussage dazu gemacht hat, schon total viel impliziert und ihr eingegeben. Das heißt, ihre Zeugenaussage wäre ja jetzt befangen. Genau, ja, absolut. Also, schwierig. Er macht seinen Job nicht besonders gut. Deswegen war ich halt skeptisch, weil ich mir dachte, dann könnte ich auch einfach als, wäre ich jetzt Figur der Serie und hätte einfach etwas gegen diesen Peter Coil, könnte ich auch einfach sagen. Ja, mir hat er übrigens auch was angetan. Ja. Irgendeine Geschichte erzählen, die er einigermaßen für einen anderen Zeugenaussagen passt. Yes. Und dann soll die Liste reichen? Ich weiß nicht. Und kurz? Wir sind ganz kurz auf den Downton Grounds, wo wir sehen, dass Gwen mit einem Wagen auf Downton zufährt. Dann sind wir in der großen Halle, wo Cora zu Thomas sagt, dass der Wagen der Hardings vorfährt und sie im Salon erwartet werden. Und ich denke so, hoho, interessant. Thomas erkennt Gwen an der Tür auch sofort wieder, wartet aber erstmal noch die Fassung. Also, er spricht sie auch nicht an, gibt ihr erstmal nichts, ja, also erstmal kein komisches Gefühl, würde ich jetzt erstmal pauschal sagen. Dann kommt Anna dazu und die beiden erkennen sich natürlich wieder und Gwen erzählt, dass sie eine Mrs. Painswick treffen sollen und sie vor der anderen... Painswick. Painswick, danke. ...treffen sollen und sie eigentlich erst gewusst hat, wo sie hinfahren, als sie hier bei der Auffahrt angekommen sind, sie sonst natürlich angerufen hätte. Und Anna erzählt dann, ja, aber das ist doch Rosamund, die gehört doch hier zur Familie. Und dann sagt sie, ach Gott. Ich habe es vergessen. Was man so in zehn Jahren alles vergessen kann. Hat sie aber auch recht. Ja, voll. Ja. Ja, Thomas wirkt irgendwie angesäuert und dann wechseln wir die Szene in den Salon. Ja, und wie sehr hast du dich gefreut, dass Gwen wieder da ist? Ja. Ja. Zwar nicht in meiner Wunschrolle, ich sehe sie immer noch ein bisschen als Redakteurin bei Edith, ich finde es ziemlich geil. Ja, aber wie cool ist es denn jetzt? Ich meine, und was nicht ist, kann ja noch werden, weil jetzt ist ja der Kontakt hergestellt und Edith sucht ja eine weibliche Redakteurin, einen weiblichen Editor. Ich sage es dir nur, aber ich finde es so cool, oder? Also, ach, Gwen. Ach. Ja. War das nicht geil? Ja, kann ich Sibyl auferstehen und wir haben noch hier unsere Sibyl-Gwen-Fanfiction. Ach. Mein Traum. My heart. Ist broken. Ja. Denn es wird niemals passieren. Nein. Leider nein. Wir sind dann im Salon, wo die ganze Familie die Hardings begrüßt und Mr. Harding erzählt, dass die Idee zu dem College eigentlich von Gwen kam, aber die Arme kommt in dem Moment echt überhaupt nicht zu Wort, die wird von allen unterbrochen, verschweigt Mary dann aber auf Nachfrage, ob die sich kennen, dass sie auf Downton Mall gearbeitet hat und Thomas hört das Ganze natürlich und denkt sich so, ah ja, so sieht das hier also aus. So läuft der Hase hier also. Ja, ja, hier fließt bald böses Blut. Na, naja, aber er verpetzt sie auf jeden Fall nicht. Das stimmt. Moment, also zumindest in diesem Moment noch nicht, aber hier können wir vielleicht schon eine Frage aufgreifen, die uns noch gestellt worden ist und das ist tatsächlich eine, die ich mir im ersten Moment auch gestellt habe. Warum verschweigt Gwen, dass sie mal auf Downton gearbeitet hat? Ich glaube, sie will das gar nicht verschweigen. Ich glaube, sie sucht nur den richtigen Moment, es zu erzählen, weil jetzt gerade so die ganzen Business-Talks schon losgeht, weil die Leute sich gerade kennenlernen und so weiter und ich glaube, sie würde, sie möchte das erzählen, das sagt sie ja später auch, dass sie das eigentlich erzählen möchte, aber den richtigen Moment gesucht hat und Mary ja, ja, dies, das. Aber ich glaube, sie möchte einfach diesen guten Stand und jetzt auch vielleicht dieses, weil die wollen ja über die Förderung von dieser Schule reden. Das heißt, sie wollen ja die Familie auch dazu verleiten, ihr Vertrauen in sie zu setzen. Das heißt, sie möchte ja erst mal, sag ich mal, ein professionelles Auftreten haben und wenn sie dann sagt, ja, ich bin eigentlich eine Hausmädchen gewesen, klingt das vielleicht im ersten Moment nicht so businessmäßig. So, und das könnte man halt später auch super als Motiv nehmen, was ja auch später dann kommt, ne, so dieses, oder als, als, ja, als Beispiel mit, was kann das bringen, eine gute Bildung zu, ne, hier, ich vom Hausmädchen zu, so, ne. Und deswegen, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen um… Narratives Kalkül. Ja, genau, oder einfach um, um halt diesen, diesen Argumentationsstrang zu untermauern, so, weißt du. Deswegen möchte sie das vielleicht noch so ein bisschen, ja, zurückhalten. Auf der anderen Seite, also ich glaube auch nicht, dass sich Gwen für ihre Vergangenheit auf dauernd schämt, überhaupt nicht. Nö, das glaube ich auch nicht. Trotzdem, finde ich, wirkt sie an der Seite von ihrem Mann ganz schön unsicher, was vielleicht aber auch daran liegt, dass sie sehr, sehr viel unterbrochen wird, also, sie tat mir da echt ein bisschen leid, weißt du, ihr wird eine Frage gestellt, sie ist dabei, sie zu beantworten, dann grätscht Mary erst mal rein und zu fragen, ja, wer bist du überhaupt, habe ich dich nicht irgendwie schon mal gesehen. Ja. Aber später will sie dann von ihrem Lebensweg erzählen, wird dabei dann auch unterbrochen und ich denke mir, meine Güte. Ja. Lass die Frau doch zu Wort kommen. So, halte doch mal die Luft an und lass die Frau zu Wort kommen. Ganz genau. Also, unhöflich sowas. Sehe ich genauso. Wir wechseln erstmal in die Küche, wo Andy fragt, wer ist denn diese Gwen und Mrs. Padmore klärt ihn auf. Daisy führt dann an, dass sie gegangen ist, um Sekretärin zu werden und viel weiter gekommen ist als alle anderen. Dann so nach dem Motto, ja, sie hat es geschafft auszubrechen und wir versauern hier immer noch auf Downton. Da hat sie tatsächlich mal recht. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, gerade Daisy hätte genügend Möglichkeiten gehabt, Downton zu entfliehen. Ja. Hat sich nicht gewinnt. Wollte ich gerade sagen. Sie wollte ja nicht nach Amerika gehen. Sie wollte nicht nach Amerika. Sie wollte den Hof von Mason nicht übernehmen. Später, gut, das mit London hatte sie überlegt, hat dann vielleicht Mrs. Padmore zuliebe das nicht gemacht. Aber es ist nicht so, dass Daisy nicht genügend Möglichkeiten gehabt hätte. Ja. Bates stellt dann die Frage, wie Robert das denn wohl findet, dass das ehemalige Hausmädchen wieder da ist. Und Daisy erwidert dann, dass die oben sie ja nicht wiedererkannt haben, weil Ete Pethete, die gucken uns nicht so genau an, wenn wir hier arbeiten. Und sie auch nicht ganz unrecht mit hat. Ja, das stimmt. Aber man merkt Daisy an, dass sie das nur sagt, die ist auf Krawall gebürstet und unterfüttert das implizit eigentlich mit solchen Vorwürfen wie, ja, ja, die werden wohl das Gespräch mit mir komplett vergessen haben, weil ich bin ja nur die unwichtige Hilfsköchin. Und das Schicksal von Mr. Mason ist scheißegal. Das schwingt ja alles komplett mit, wenn sie jetzt etwas sagt. Absolut, ja. Dann kommt dieser Karl-Marx-Spruch von Mrs. Padmore, den ich richtig geil fand. So geil. Somit, ja, kriegt dann hier jetzt Karl-Marx auch nochmal die Pasteten fertig oder was ist das hier jetzt Phase. Ich denke so, ah, geil, Mrs. Padmore sorgt wieder für die rechte Würze an diesem Gericht. Da hatte ich mir erst überlegt, ob das mein Lieblingszitat wird, aber ich habe noch was anderes. Okay, bin ich gespannt. Anna äußert dann nochmal zu der Frage von Mr. Bates, dass sie glaubt, dass Robert eigentlich nichts dagegen haben wird. Und dann sagt Moseley noch, wirft noch ein, naja, wieso sollte er auch? Ich meine, seine Tochter ist immerhin mit dem ehemaligen Chauffeur damals durchgebrannt. Dann gucken sich alle ein bisschen betreten an und wir wechseln die Szene. Nämlich zurück zu dem Salon, wo Isabel Gwens Geschichte hören will und sie erzählt nichts erst mal von ihrer Zeit auf Downton, sondern fängt damit an, dass sie Sekretärin in einer Telefongesellschaft war, weil auch ihr Mann erzählt, dass durch das Telefon sich für ihn alles verändert hat und für Gwen eben auch. Sie haben sich dadurch ja im Grunde auch kennengelernt, weil sie dann bei einer örtlichen Verwaltung angefangen hat, wo Mr. Harding auch tätig war. Ja, jetzt wäre vielleicht auch ein guter Punkt gewesen, das schon mal zu erwähnen. Ganz genau, weil Gwen nämlich genau jetzt auch betont, dass sie mit einer ordentlichen Ausbildung vielleicht sehr, sehr viel mehr erreicht hätte. Und Isabel sagt dann aber auch direkt, dass sie mit ihr ganz gut relaten kann, weil sie ist Krankenschwester gewesen, wäre aber sehr, sehr gerne Ärztin geworden und dieser Berufsweg war ihr verwehrt. Thomas kündigt dann den Lunch an und Tom erkennt Gwen auch wieder und sie reden auch noch ganz kurz. Nee, Tom. Als Thomas den Lunch ankündigt und alle schon gehen, reden Tom und Gwen noch ganz kurz mit ihm. Ja, aber Tom hat sie doch vorher schon erkannt. Ja, aber. Hat dazu nichts gesagt. Ach so, okay. Also in der Szene merken wir erst, dass es diesen Wiedererkennungsmoment gab, weil die beiden ein kurzes Gespräch miteinander führen. Ah ja, okay. Und er dann eben auch sagt, Mensch, du hast dich total verändert, du bist sehr weit gekommen, richtig schön, dich wiederzusehen, diese Geschichte. Ja, ja. Okay. Ja, und damit ist mein Part schon vorbei. Habe ich jetzt irgendwie nicht mit gerechnet. Hast du nicht noch den Teil drin, wo Thomas snitcht? Nee, der kommt bei dir, weil danach kommt die Szene, wo Mrs. Patmore fragt, ob Gwen denn runterkommen wird. Ja, stimmt. Die kommt jetzt als nächstes. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann ist die Folge an dieser Stelle schon vorbei. Zum Abschluss gönnen wir uns nochmal ein leckeres Dessert. Haben wir noch was Dessertiges? Lass mich kurz gucken, ob wir vielleicht noch spontan eine Frage im Discord bekommen haben. Haben wir nicht. Die andere Frage, die noch kam, die beantworten wir am besten in deinem Part. Das bietet sich an. Schauen wir mal eben kurz, ist hier noch irgendwas passiert? Wir haben von Franzi eine Nachricht bekommen, dass sie leider noch hinterherhängt und sich aktuell im Wahlkampf befindet und deshalb nicht schafft, die Downton-Folgen gerade aktuell zu gucken. Ach. Ja. Also viel Erfolg deinem Mann. Ich hoffe, der steht für eine gute Partei. Ich hoffe. Ja. Aber sie hört natürlich trotzdem unseren Podcast. Das freut uns sehr. Jo. Mhm. Mhm. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, auch einen sehr, sehr langen Aperitif gehabt. Ja, das stimmt. Wir haben ja heute viel, viel rumgedüdelt, ne? Genau. Deswegen, ja, ich würde sagen, dann hört das nächste Mal wieder rein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zu Teil 2 von Folge 4. Wenn es dann wieder heißt, guckt Drag Race All Stars. Ja. Ja, das stimmt. Mona und ich sind wieder total gehypt. Start your engines, ladies. And let the best drag queen win. Ach, so geil. Diesmal für Charity. Für Charity. Ja. Super geil. Ah, ich bin so gehypt. Oh. Ich freue mich auch. Ja, wir haben nämlich gestern tatsächlich die erste Folge geguckt. Ja. Das wollte ich noch einwerfen, bis es wieder heißt. Gehabt euch wohl. Habt noch einen schönen Samstag. Beziehungsweise Donnerstag. Denn am Donnerstag werdet ihr wahrscheinlich diese Folge hören. Und wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren. Genau. Bis dann. Bye.